Hallo, mein Name ist Agnes Rauter-Ulrich. Ich bin niedergelassene Hausärztin und wie viele Kollegen setze ich mich mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Das wird uns in den nächsten Jahren auf Schritt und Tritt begleiten. Wir kommen nicht drum herum. Insofern ist es sicherlich klüger mitzugestalten als hinterher zu rennen. Da ist der Hausärzteverband mit vorne dabei und unterstützt uns im Umgang mit den einzelnen Schritten der Digitalisierung. Ich persönlich setze mich auch ein für die Nachwuchsförderung, Nachwuchssicherung, für die Ausbildung und hier mein besonderes Steckenpferd, die Förderung von den Kolleginnen, die nachwachsen, weil es vielleicht spezielle Themen gibt, die für uns besonders wichtig sind. Hier möchte ich Sie auch am Rande noch einladen, zum Forum Hausärztinnen zu kommen und mit uns gemeinsam ihre Ideen und Wünsche reinzubringen, damit wir gemeinsam unsere Zukunft und die Zukunft unsere Nachfolger erfolgreich gestalten können. Dankeschön.